Bielefeld, hier lebt eine große deutsche Familie, sehr zurückgezogen. Nur bei offiziellen Terminen in ihrer Firmenzentrale zeigen sie sich kurz. Auf der Straße erkennt man sie nicht. Dabei kennen 98 Prozent der Deutschen ihren Namen. Oetker. Ihre Produkte sind Teil unseres täglichen Lebens. Weltweit operieren sie mit einer eigenen Flotte. Das Vermögen der Oetkers wird auf 4 Milliarden Euro geschätzt. Sie gehören zu den reichsten Familien Deutschlands. Doch ihr Erfolg wird überschattet. Keine zweite industriellen Familie hat so viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Wir sehen uns um 21.000 Uhr. Das war's für heute. Das war's für heute. W ultimately ein Ausblasen zum gobernend. Das war's für heute. Hier communicationsbeit평-Kleot. Das war's für heute. ителей. Vielen Dank.